Damit ein herzliches Willkommen zu Part Nr. 7 der Zockernacht bei Black Ops. Ja, es ist spät. Und es ist sehr, sehr, sehr spät. Aua, Headset. Fast noch runtergehauen hier. Warte mal, ich will meinen Schluck nehmen. Hätten wir die 3 Liter Eis hier fast auch weg. Nein, wir schreiben gerade die Zeit, äh, nicht 22 Uhr noch was. Wir schreiben die Zeit 23 Uhr 20. Ist erstmal alles zusammengeschritten und gespeichert. Muss jetzt über die Woche nur noch hochgeladen werden und... Ja, sorry, aber dieser Eindruck ist noch verschlafen. So, Adress noch von vorhin, vom Wettspiel. Ah, genau. Genau. Okay. Das war doch... Nicht Array. Doch, es war Array, gell? Ja, genau. So, das war Part 6. Und jetzt suchen wir uns nochmal ein Team Deathmatch raus. So, ich wäre mal für Nuketown. Nee, nicht damit. Ich suche jetzt so lange, bis Nuketown kommt. Ich hab gerade richtig Bock auf Nuketown. Das könnt ihr wissen. Ja, oder Zufall. Naja, vielleicht kommt ja Nuketown. Wer weiß. Ich rechne jetzt zwar mit irgendeiner Jungle-Kacke, aber... Wer weiß. Badadadadab. So, kommt hier. Bisschen was reißen. So, die Abschlussstellen. Hier sind immer noch gleich geblieben, wie ihr hier seht. Und, ähm... Ja, Aufträge. Ah, da können wir auch mal ein bisschen was kaufen, oder? Kaufen wir das mal. Äh, das können wir auch mal kaufen. Was ist das? Oh. Der Film ist fertig. Das freut mich ja. Der nächste Film ist fertig. Sagen wir es so. Erstmal sind wir jetzt hier. Äh... Was können wir hier machen? Nö, nö. Das lassen wir. Auf Havana. Ah! Ist so eine Sache. Ist so eine Sache. Ähm... Naja. Kriegen wir auch noch hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Und soll auch nicht das Problem sein. Okay. So. Havana. Team Deathmatch. Mit der Kommando jetzt mal wieder. Die ist jetzt wieder dran. So, wollen wir noch mal hier... Alles geben. Ich weiß nicht, wenn das jetzt Teil 7 ist, denke ich mal, wäre ich bis Teil 9, 10 machen, sowas. Das ist doch das, was ich mir da so vorstelle. Hallo. Oh, das Gas ist natürlich auch interessant. So, erstmal... So, erstmal... Fernlenkladung. Oh. Das war ein Gegner. Geht ja gar nicht. Ich habe die Vorräte freigeschaltet. Ich habe die Vorräte freigeschaltet. Wie habe ich das nur gemacht? Wenn ich mal überlege, wie ich irgendwann mal Hunde kriegen will. Naja. Oh, da hängen auch manchmal Sniper rum. Ich habe auch gerade gar keine... Ach, komm, gehen wir aus der Sonne. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Stecken wir uns mal. Komm ran mit den Vorräten hier. Das wird bestimmt was Sinnloses, oder? Ah! Ha! Ich glaube es nicht. Tja. Das ist natürlich... Gar nicht mal so schlecht, ne? Einfach mal so eine Cobra gekriegt. Ähm, ja. Interessant, ne? He. Die Galil-Rohpunkt werden wir uns gleich mal mitnehmen. Ich werde mich hier mal hinstellen. Und die Cobra wirkt. Hoffe ich mal. Oh, Headshot. Richtig. Und haben wir die Cobra noch einmal. Und erjagen wir sie noch einmal. Oh. Mir gefällt das. Aber jetzt bin ich gestorben. Nach einem 8-1. Es wurde Zeit. Es ist einfach so. Aber jetzt läuft es gut, ne? Also. Es ist ja nicht so, dass es hier ganz schlecht läuft. Ja, super. Oh, Hildmarker, ey. 9-2. Für meine Verhältnisse denke ich mal in Ordnung. Mal gucken, ob hier irgendjemand ist. Nope. Dann können wir auch mal hier schauen. Den habe ich... Ach, da oben. Hm, hm. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gehe ich mal eben ganz schnell hier rein. Oh ja, hier Absicherung. Pur. Für den Meister. Oh, oh. Brühe mir im Fenster lummert da doch. Oder nicht? Hä? Ah, eine Klamour vorbei. Ja. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Aber das könnte ihr nicht so gut. Oh, ah. Schlecht. 10-5. Ja. Nach dem 9-2. Gab's schon Besseres? Na, beim ist nicht gut. So, hier noch was. Oh, Granate. Jetzt kämpfen wir. Jetzt kämpfen wir. Jetzt wird extrem gekämpft. Kommt der. Na, kommt. Geh, geh doch weg da. Boah, das ist langweilig. Oh. Nicht schön. Verwundete Vorräte sind unterwegs. Machttug. Feindliche Fernlinkladung gesichtet. Verwundete. Ah, ja. Der ist okay. Ja, nicht. 10-6. Na gut. Noch ist positiv. Oh, jetzt kratzt es mich an der Schulter. Aua. So, da wollen wir doch mal wieder hier hoch. Unser Lieblingsbalkon. Verwundete Fernlinkladung eingesetzt. So. Oh, ne. Da ist ein Geschütz. Okay, da müssen wir wohl erst da drüben rein. In den Laden, ne. Oh, nein. Den wollte ich messern. Sehr schön. Das kotzt mich gerade an. Du hast Sendepause. Oh, oh, oh. Und von hinten und von vorne und... Ach, von überall. Oh, Fernlinkladung. Ja, ah. Das gefällt mir. Gut, da wollen wir doch mal rüber zu den Noobs. Boah. Freunde, was geht denn jetzt? So. Gleich das ganze Auto noch mit hoch. So sieht's aus. Oh, oh, oh. Oh. Oh, schlecht. 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 Weg. Weg hier. Der passt drauf. Hier nochmal ne Klemor hin. Eigentlich ist das Haus jetzt perfekt. Abgesichert. Verwunderte Fernlinkladung. Und ich mach mit Marker mit der Semtex. Ich hab doch dein Nein gesehen. Achtung, feindliche Vorräter. Oh, oh. Oh, oh. Ja, rein. Ja, hier wieder voll auf uns drauf, ne. Heh. Es brennt. Alles brennt außer der Balkon. Da brennt nix. Cobra ist unterwegs. Oh, hier ist irgendein Noob. Sie haben die Ausrüstung zerstört. Loll. Ja, das sieht doch gut aus, oder? So, nix was. Mann. Und da werden wir die Fernlinkladung auch noch losschicken. Bei einem 15 zu 10 momentan. Ah, wo fahren wir denn hin? Ja, komm. Oh, da. Ja. Da können wir nochmal rumsuchen, ja. Irgendwo ist noch einer. Ich hör sie doch. Nein. Ah, fehl. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, da oben ist schon noch einer, ne? Gewonnen haben wir so oder so. Das ist egal. So, ich denk mal, je nachher werden wir noch einen Teil machen. Dann ist gut. Mit dem Special. Ich sag euch. Ah, es ist spät. Und. Ja, es wird, denke ich, was ist langweilig. Okay. Und das ist dann Part 7, der vorletzte. 15 zu 10. Und yo. Passt schon. Also dann, Freunde. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Bis gleich. Oder. Wann ihr ihn ansieht, macht's einfach gut. Bleibt gesund. Tschö. Bis zum nächsten Mal.